Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2 Roleplay Schön, dass du wieder eingeschaltet hast Und ganz kurz, wir sind auf YouTube jetzt soweit Vielen Dank an alle, die schauen Wir haben die 4.000 Stunden Watchtime voll Pro Jahr, ja, wir haben jetzt genug Zuschauer-Dauer Und das bringt uns dahin, dass wir jetzt nur noch die 1.000 Abonnenten brauchen Und dann sind wir YouTube Partner Heurika, oder? Also, knallt die Abos voll, ja, bitte abonnieren Es wird mich sehr freuen Das ist mein Ziel, danach kann ich nämlich aufhören Sozusagen Schon Erstmal Abo-Bot kaufen Nee, hab gar keinen Bock drauf Ah, dahinter nicht viel Na 1, natürlich nicht Dann kommt das auch nicht mehr vor Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Sir Danke ebenso Oh Will, was hast du wieder gemacht? Ich bin nur ein bisschen schnell gelaufen Ja Naja, toll Oh, ich hab noch ein Penny dabei, warte mal Ah, ist noch ein Penny? Teil lieber eigentlich, dass die abgenommen wird Ja, genau nicht, dass wir hier... Ach, scheiße, aber die Bank war gleich zu Howdy 20 Minuten, hast recht, schnell einzahlen Ne, auszahlen, ich möchte was haben Achso Hast du da irgendwelche Pläne? Weiß nicht, und du? Es ist ja schon spät, ne? Ich weiß nicht, wie lange ich heute noch aushalte Howdy Was ist denn hier überhaupt im Dunkeln beim Felgen? Mein Gott Er hat doch ein bisschen Licht Ja So Oh, hier ist ja hell Oh, schön Oh Feier ich ja hart jetzt hier mit dem Menü Das ist richtig schön gemacht Wenn ich nicht so eine dicke Plauze hätte, dann würden mir auch ein paar Jacken passen, ne? Scheiße Scheiße Das ist richtig schön Oh, das sieht halt wirklich schrecklich aus in den Sachen, ne? Oh, das sieht halt wirklich schrecklich aus in den Sachen, ne? Das ist richtig gut, ne? Ich freue mich richtig krank, alter Okay So, da Oh! Schau mal, neue Jacke! Sieht ja mal sauber aus, der Mann! Sauber und gepflegt, hm? Was haben wir noch dabei? 9 Dollar, super! Super! Stasch, Alphabet! Gut, Pfanne! Wo ich denn will jetzt schon wieder hin? Boah, die Kirche ist beleuchtet! Mach mich nicht schwach, sag nicht, da kann man rein! Hallo! Okay! Schau mal in die Kirche rein, hm? Schau mal da rein, ich bin echt gespannt! Ah! Valentine Church! Valentine Church, Reverend Isaac Hampton! Willkommen, Player... Ach, Player! Player! Player Books provided! Erstmal einen Schuss darin abfallen! Ja, Schuppe! Was? Es gibt betretbare Gebäude! Oh mein... Oh mein... Oh mein Gott! Wir sehen da sogar die Spieler? Oh! Oh... Wir sehen da... Os rollt der Wahnsinn! Das ist ja mega geil! In nomine Patre Petro In nomine Petro In nomine Popo Super, hm? Mega cool gemacht Okay Raus gehen So Du kannst in die Kirche gehen In die Kirche? Die ist offen, ja Die ist super hübsch Okay, warst du da grad drin? Nee Nur zum Spaß eingefallen Na klar Das richtig geil gemacht mit der Kirche Also das ist cool Betretbare Gebäude I like I like it, wirklich I like it really hard In mein Boot hole Da musst du mal schauen hier Okay Das ist super Ich hab Hunger, wie es dauert Aber die Läden haben schon zu Ja, vielleicht im Schalou, ne? Ja, mal gucken Oh, komm Cool, ja? Guck mal da raus Oh Ui Sind beide da unten Cool Klar, warum auch nicht Ich mein, das ist Glas Voll schön Ja Unsere Pferde stehen da unten Ja, warum sollten die da nicht stehen? Wir haben die grad da hingestellt Voll nett, dass ich so viele Komplimente krieg Wegen meiner neuen Jacke Wir haben einen, wir haben ihn alle Untertitelung. BR 2018 Das ist einfach Cockburn. Oh, jetzt ist er im Salon. Okay, müssen wir mal... Was ist denn eigentlich bei dem Marktplatz da hinten? Na klar. Ah! Construction Auftrag bestartet. Los, Bewegung. Der Tag ist kurz. Oh, ist da rot drinne. Guck mal, das Zimmer. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein. Oh, du musst hier... Oh, Gott. Ernsthaft? Das muss der Wille hier so... What the fuck? Das ist ja interessant. Mach mal. Da steht jetzt was auf Russisch. Hä? Habe ich was falsch gemacht? Ich wollte nichts kaputt machen. Ich wollte nicht irgendwie jetzt einen Fehler bauen und hier rausfliegen oder so. Ich bin untröstlich. Tut mir leid. So, das stimmt ja mal. Construction Job. Da machen wir das gerade nochmal. Scheiß Fee. Weiß, das Pferd reitet mich an und kickt mich daraufhin um. Stehen hier auch ganz viele Pferde rum. Es sind wohl ganz viele gerade rausgeflogen. Was war jetzt? Mal kurz weg. Na, äh, ganz viele hatten Spielabsturz. Dann probiere ich das nochmal, ne? Schönen. Haut dich schön. Hallo, dich schön. Ne, die ganze Zeit schon. Schönen, machen wir das jetzt nochmal, ne? Nicht mal ein Brett kannst du festnageln. Peinlich, weil ich hingefallen bin damit. So, sobald man rennt, fliegt man auf die Fresse. Geil. Auch wenn ich nur ganz kurz zum Schiff drücke. Ja, los, bewegen. Der Tag ist kurz. Dann lass mich rennen. Melone. Muss ich ja woanders hinbringen. Okay. Echt jetzt? Okay, wir haben gerade hier ganz echt, äh, echt Probleme gerade. Schade. Wir machen kurz Pause. Wir sehen uns dann wieder, ne? Bis gleich. Wir sehen uns dann 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 gleich. Vielen Dank.